Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu dem wohl am meisten gewünschten Video auf meinem ganzen Kanal. Und zwar, wie werde ich Hacker? Und zwar ein am besten Step-by-Step-Guide, den ihr, wie ihr gleich sehen werdet, mit Vorsicht genießen müsst. Es sind nämlich eigentlich nur zwei Schritte, aber ja, wir werden sehen, worauf wir hinaus wollen. Bitte guckt das Video komplett an. Das heißt, hier werden wirklich viele Fragen beantwortet, die ich immer wieder bekomme. Und ja, das Video hier kann euch wirklich helfen. Okay, also eigentlich können alle meine Videos helfen, aber hey, dieses Video hier ganz besonders natürlich. So, zunächst einmal müssen wir klären, was können Hacker denn eigentlich alles? Und hier habe ich mal bloß die zwei Teams aufgeschrieben, das Red Team und das Blue Team. Das Red Team ist das klassische Hacker Team, die greifen an sozusagen. Die können Sachen wie Penetration Testing, Schwachstellen finden, Exploits entwickeln, Malware entwickeln, Social Engineering und noch vieles mehr, was ich nie mal aufgeschrieben habe. Das Blue Team ist in der Verteidigung. Das heißt, die wollen einfach nur ihre Anwendung schützen im Normalfall. Und ja, die können Sachen wie Forensik, was ich nie mal aufgeschrieben habe, Kryptografie, Security Design, Monitoring, Access Control, Risikomanagement und noch vieles, vieles mehr, was hier nicht mal drauf steht. Und mir ist klar, dass das für die meisten von euch einfach viel zu viel ist, beziehungsweise eigentlich für alle von euch. Denn die Wahrheit ist, eigentlich kann niemand wirklich alles. Niemand, aber auch wirklich gar niemand kann alles in der IT. Wer euch das sagt, der lügt einfach nur. Ich lerne jeden Tag neues Zeug, teilweise von Dingen, die ich dachte, dass ich sie schon seit Jahren kann, lerne ich gerade wieder neu. Oder lerne einfach neue Dinge kennen, weil einfach mehr in der Technologie entwickelt wird, als man überhaupt haben kann oder als man überhaupt lesen kann. Es kommen so viele Paper raus, auch zur IT generell, dass man einfach nicht mehr hinterherkommt. Und ja, wenn ihr mit ein bisschen was anfangt, dann ist das auch völlig fein. Einfach nur, sagen wir mal, einige Bücher zur Programmierung und dann kommt vielleicht noch Netzwerktechnik drauf und dann kommt das nächste und so weiter und so fort. Und das kann etwas überwältigend sein und man verliert relativ schnell den Überblick, was das eigentlich alles soll. Und deswegen hier so ein kleines bisschen eine Guideline, wie man vielleicht in die richtige Richtung kommt. Und ja, natürlich, dieses Video hier ist nicht gesponsert, aber der Spruch Just Do It passt hier einfach perfekt dazu. Denn eigentlich wollen wir in diesem Video klären, was genau gehört denn eigentlich zu diesem It? Was gehört denn eigentlich zum Hacken? Und was gehört denn eigentlich zur IT überhaupt? Ja, das ist eigentlich gar nicht so logisch, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Die IT ist mittlerweile, würde ich behaupten, ein teilweise größeres Feld als die Humanmedizin oder generell die Medizin. Ja, da kann man schon mal relativ leicht lost werden. Und wenn man einfach nur anfängt, dann ist das meistens schon ein großer Hilfeschritt. Das heißt, wenn man sich einfach mit einem PC hinsetzt und irgendwas tut. Aber wirklich alles, was ihr tut, ist hilfreich. Es ist hilfreich, wenn ihr mit Linux einfach nur Linux benutzt. Es ist auch hilfreich, wenn ihr mal hinterfragt, hey Mensch, wie funktioniert denn das da eigentlich, was ich gerade mache? Was ist das eigentlich gerade für ein Programm? Und wie ist das eigentlich überhaupt aufgebaut? All diese Dinge sind komplett hilfreich und können sehr, sehr viel euch bringen. Ja, aber was natürlich bei vielen auch so ein bisschen brennt. Und die Frage will ich auch ganz kurz hier noch anschneiden, bevor wir wirklich in den Step-by-Step-Guide einschalten. Es tut mir leid, dass so viel davor kommt, aber das muss leider sein. Und zwar Hacken ist eigentlich gar nicht illegal. Hacken ist absolut legal, zumindest wenn ihr die Erlaubnis habt. Und die Erlaubnis zu bekommen, ist gar nicht mehr so schwer, wie wir hier sehen können. Sogar Google erlaubt euch, dass ihr die Plattform angreift. Das bezieht sich nicht nur auf Google, sondern auch auf YouTube und auf Blogger und eigentlich auf noch sehr, sehr viele andere Plattformen, wobei das natürlich nicht von Google ist, sondern von anderen. Ihr müsst euch nur genau an diese Vereinbarungen halten und die waren jetzt nicht vollständig. Das heißt, ihr habt jetzt nicht einfach die Kompletterlaubnis, alles mit YouTube und Google zu machen, was ihr wollt. Aber ihr könnt definitiv mehrere Plattformen, zum Beispiel auch Twitter oder Instagram, soweit ich weiß, haben das auch, dürft ihr angreifen und dort gewisse Dinge ausprobieren. Aber ihr müsst euch immer an die Vereinbarung halten. Und tatsächlich wird es auch wirklich gut bezahlt. Also zum Beispiel kriegt man hier von Google, wenn man wirklich eine Remote-Code-Execution finden sollte, über 30.000 Dollar. Und das ist schon wirklich ein hübsches Sümmchen, möchte ich mal so behaupten. Ja, aber natürlich ist das etwas mehr als das, was wir jetzt hier in diesem Video überhaupt klären können, was das ist. Nehmen wir aber einfach mal die Idee, ihr wollt Google hacken, okay? Ihr habt gesehen, Mensch, man darf jetzt Google angreifen, ihr wollt Google hacken. Also, was machen wir? Wir wollen Google hacken und dazu müssen wir dann schon überlegen, was gehört denn eigentlich alles dazu? Google ist eine Website. Das heißt, wir müssen uns mit Webentwicklung beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, was schief gehen könnte, wenn ihr irgendwas eingebt. Das heißt, ihr müsst erstmal selbst vielleicht überlegen, was ist denn eigentlich eine Webseite? Was macht das Ding denn überhaupt aus? Und wie kann ich eine Webseite kaputt kriegen? Und dann könnt ihr überhaupt erstmal dran denken, irgendwie eine Schwachstelle in einer Web-Anwendung zu finden. So, jetzt ist mir klar, dass das natürlich schon wieder etwas zu viel ist. Aber zum Beispiel sagt Google euch auch sogar, was erlaubt ist, wenn ihr nochmal dieses Ding von gerade eben aufmacht. Da stand ganz unten dabei, was ihr machen dürft. Also Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, Mixed Content Scripts, Authentication und Authorization Flaws, Server-Site Code Execution Bugs und so weiter. Das heißt, Google nimmt hier freiwillig die Position des Blue Teams ein und gibt euch die Freikarte, das Red Team zu sein. Und jeder kann das einfach so machen. Ja, okay, wollen wir jetzt aber endlich mal diesen Step-by-Step-Guide anfangen, nachdem ich euch schon wieder zugeschwallert habe, mit was es alles gibt. Es gibt erstmal Grundlagen, die man auf allen Seiten eigentlich, also auf Blue Team und Red Team können muss. Ansonsten kann man halt nicht wirklich viel bewirken. Und das ist einfach mal Linux, Python programmieren, Grundlagen der Netzwerktechnik und virtuelle Maschinen, würde ich jetzt so behaupten. Und das ist für mich irgendwie was, damit, wenn ich das nicht könnte, dann kann ich nirgends Pentests durchführen. Und ja, tatsächlich ist Linux einfach essentiell, weil über 90% der Web-Server, das heißt da, wo die Webseiten drauf laufen, auch über Linux läuft. Und wenn ihr Erfahrung mit Linux habt, dann könnt ihr das natürlich einfach auch darauf übertragen. Das heißt, wenn ihr wisst, wie Linux funktioniert, dann wisst ihr auch automatisch, wie eigentlich Web-Server intern funktionieren. Und da kann man dann natürlich hergehen und sich einfach kostenlos ein Linux bei sich installieren und einfach dieses Ding verwenden und tatsächlich mal ein bisschen benutzen. Also wirklich nicht nur einfach hingehen und eine virtuelle Maschine machen, das machen sehr, sehr viele. Ich empfehle tatsächlich mal Windows wirklich wegzulassen und Linux als Hauptbetriebssystem zu nutzen. Also euch wirklich dazu zu zwingen, Linux zu verwenden. Denn dort werdet ihr dann automatisch an die Materie herangeführt. Python programmieren ist einfach was, es ist einfach normal in der Hacker-Welt, sage ich jetzt einfach mal, dass man, oder generell in der IT-Welt, dass Dinge, die nicht automatisch funktionieren und die eine gewisse Zeit nutzen oder brauchen, die müssen automatisiert werden. Und dazu benutzt man einfach Python. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr eure ersten Hacks schreibt, in Anführungsstrichen, werdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt Python verwenden, um Hacks zu schreiben, sondern ihr werdet Python benutzen, um euch quasi ein Skript zu schreiben, das dann den Hack ausführt, damit das Ganze etwas schneller läuft und damit ihr das nicht hunderttausend Mal von Hand machen müsst, weil ihr sonst mehrere Jahre an einem Pentest dran sitzt. Und das dauert einfach viel zu lang. Und da gibt es auch wirklich gute Quellen, was man da machen kann. Nicht zuletzt meinen Kanal, bitte einmal ganz kurz reingucken, kommen wir aber nachher noch dazu. So, dann gibt es natürlich noch die Netzwerktechnik. Denn ja, normalerweise werdet ihr nicht irgendwas bei euch auf dem Rechner angreifen, sondern irgendwas, was im Internet rumfährt. Und dort müsst ihr dann natürlich wissen, wie kommen eigentlich meine Pakete, die ich hier gerade an meinem PC habe, also wie kommen diese Daten eigentlich ins Internet. Und das öffnet schon wieder alles so einen riesigen Rattenschwanz hinter Netzwerktechnik. Da werdet ihr dann früher oder später wahrscheinlich noch in die Anonymität im Internet reinfallen und so weiter und so fort. Und ja, virtuelle Maschinen, das ist einfach nur wichtig, dass ihr da wisst, wie man damit umgeht, damit ihr auch tatsächlich nachher bei euch ein bisschen üben könnt auf dem Rechner. Da komme ich gleich noch dazu. All diese Techniken hier, egal was euch irgendwelche Menschen erzählen, ich habe da schon einen komischen Flyer gesehen in Amerika tatsächlich, aber tatsächlich sind das allesamt keine Hacker-Techniken. Das ist einfach etwas, das benutzen normale Entwickler, das benutzen Server-Administratoren, das benutzen alle Menschen eigentlich, die irgendwas mit IT zu tun haben. Und, oder zumindest viele, sagen wir mal viele, okay? Und ja, das ist trotzdem allerdings eine Grundlage. Man muss sich sozusagen erstmal ein grundlegendes Wissen aufbauen, bevor man mit Pentesting und Hacking überhaupt anfangen kann. Und ja, ihr seht, hier ist jetzt bewusst noch keine Web-Entwicklung oder sowas hingeschrieben worden, denn das kommt jetzt. Wenn ihr die Grundlagen habt, dann müsst ihr natürlich erstmal eigene Dinge produzieren, das heißt, eigene Software entwickeln. Ihr seht, ein Hacker kann auch Software entwickeln. Und das ist eigentlich so der große Punkt. Hacker können genauso Software entwickeln wie Softwareentwickler, nur sie denken danach ein bisschen anders. Sie wollen danach das Ding kaputt kriegen. Das heißt, irgendwie zum Absturz bringen, irgendwie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen. Also, wenn ihr zum Beispiel in einem Spiel, nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Browser, oder nehmen wir nicht ein Browser-Game, sondern nehmen wir ein richtiges Spiel. Wenn ihr in einem Spiel testet, hey, kann ich mich da hochglitschen? Kann ich vielleicht das Spiel dazu bringen, dass es Dinge tut, die es eigentlich nicht tun soll? Dann ist das schon mal so das erste Hacker-Denken. Und Hacker machen das im Endeffekt mit allem. Also, die machen das mit Webseiten, die machen das eben mit auch Anwendungen, mit Apps und so weiter und so fort. Und danach, wenn ihr die geschrieben habt und kaputt gekriegt habt, dann müsst ihr sie natürlich reparieren, damit ihr wisst, was da kaputt gegangen ist, und sie natürlich erweitern. Und ja, das könnt ihr, wie gesagt, nicht nur machen mit Websites, sondern auch mit Apps, mit normalen Anwendungen auf dem PC, mit Skripten, mit Kommandozeilen, Argumenten und so weiter und so fort. All diese Dinge könnt ihr da ausprobieren. Und ja, wenn ihr das alles schon gemacht habt, dann fällt das hier auch unter zweitens. Und zwar die Techniken lernen. Dann könnt ihr tatsächlich euch eins dieser Gebiete aussuchen und dort mal ein bisschen genauer hingucken. Und vielleicht findet ihr dann interessante Gebiete, wie zum Beispiel Schwachstellen finden, die euch faszinieren. Und da könnt ihr dann einfach noch ein bisschen tiefer reingehen. Einfach mal nach diesen Bedingungen dann auch suchen und sich dann auch selber damit beschäftigen. Aber immer mit diesem Hintergrund eures Projekts. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Web-Anwendung geschrieben. Dann müsst ihr nicht irgendwie Schwachstellen von Android-Apps suchen, denn ihr habt keine Android-App geschrieben. Ihr solltet dann Schwachstellen von Web-Anwendungen suchen und dann euch darüber informieren. Ihr solltet dann wirklich Exploits entwickeln, die für Web-Anwendungen gedacht sind und so weiter und so fort. Und ja, ebenfalls unter zweitens, und ihr seht, es ist quasi alles gleichzeitig, verfallen Übungen. Das heißt, ihr macht natürlich nicht nur euer Projekt, sondern ihr macht auch Projekte von anderen kaputt. Und es gibt Websites, da dürft ihr legal Hacken üben. Es gibt Challenges, es gibt CTFs, also Capture-the-Flag-Games, das sind wirklich Spiele, und es gibt Wargames. Und all diese Dinge könnt ihr gratis und meistens absolut gefahrlos, das heißt meistens, normalerweise immer gefahrlos, eigentlich bei euch nutzen und dann auch versuchen, da irgendwie einzudringen und das Ding kaputt zu machen. Und wenn ihr das tatsächlich gemacht habt, dann seid ihr, spätestens dann seid ihr absolut so weit, wie jeder Hacker da draußen. Ihr seid dann in einem Bereich drin und dort habt ihr ein bisschen Expertise euch angehäuft, sozusagen. Und dann geht es nur noch darum, wirklich zu üben, Neues zu lernen und von vorne das Ganze wiederzumachen. Das heißt, ihr arbeitet euch von jetzt in Web-Entwicklung mit PHP ein. Und dann öffnet ihr das nächste Tor. Dann sagt ihr, okay, jetzt will ich wissen, wie es im Frontend aussieht. Das heißt, ihr arbeitet euch in HTML, CSS, JavaScript ein. Dann arbeitet ihr euch in Python ein, Python Flask, Python Django. Dann arbeitet ihr euch in Java Swing ein und so weiter und so fort. Und jedes Mal merkt ihr, ah, okay, das kann da also schief gehen, das kann da kaputt gehen, hier kann ich vielleicht eine Schwachstelle finden und so weiter und so fort. Und dadurch habt ihr natürlich automatisch immer mehr Wissen und könnt dann immer besser auch in Systeme eindringen. Und ja, natürlich, wenn ihr irgendwo merkt, ihr trefft auf irgendwas, wo ihr nicht mehr weiterkommt, dann sucht ihr danach. So einfach ist das. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt, was ihr lernen sollt. Das ist quasi jetzt der Step-by-Step-Guide. Ihr müsst wirklich extrem viel lernen. Und dieser ganze Prozess, der dauert wirklich Jahre. Also wenn ihr euch da nicht genug Zeit gebt, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, ihr müsst wirklich einrechnen, allein zum Programmieren oder damit ihr wirklich vernünftig programmieren könnt oder vernünftig eine Website entwickeln könnt, müsst ihr wirklich schon mehrere Jahre fast schon einplanen. Das heißt, das ist wirklich ein Prozess. Ihr fangt an, in die IT reinzudippen und das Einzige, was sich ändert zu einem normalen Informatiker, ist euer Mindset. Ihr wollt Dinge kaputt machen und sie danach wieder zusammensetzen. Ähnlich wie bei Lego, könnte man sagen. Manche Menschen bauen Lego nur auf. Das sind die ganz normalen Informatiker. Manche Menschen bauen Lego auf, zerstören sie und bauen sie danach besser auf. Das sind die Hacker. Ja, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Das soll jetzt nicht abwertend klingen gegenüber normalen Informatikern. Ich mache hier gerade mit meinen Händen diese Anführungsstriche, die ihr nicht sehen könnt. Das ist definitiv nicht abwertend gedacht, sondern das ist einfach nur, ja, man möchte noch ein Stückchen tiefer. Man möchte gucken, wo kann ich denn dieses Gebäude eigentlich zum Einstürzen bringen. Und ich will euch jetzt noch ganz kurz zeigen, wo ihr das eigentlich alles zumindest zum Teil lernen könnt. Ihr findet hier auf meinem Kanal eigentlich hauptsächlich Zeugs, das in Richtung Hacken geht. Und zwar, wenn ihr da mal einfach durchscrollt, dann seht ihr hier, okay, wir haben hier was mit Python gemacht. Ja, wir haben sogar Hacken mit Python gemacht, wobei ihr nicht nur diese Playlist hier gucken sollt. Diese Playlist hier ist auf jeden Fall essentiell notwendig, wenn ihr irgendwas mit Python machen wollt. Und dann könnt ihr da einfach immer tiefer reingehen. Wenn ihr euch generell für Security interessiert, dann geht ihr hier auf diesen Bereich. Und Achtung, hier drüben hat das immer diese kleinen Pfeile. Ja, da geht es noch weiter. Das sind alles Dinge, die man wirklich können kann oder die man lernen kann und die definitiv nicht überfordern sind. Wenn man hier irgendwas mit Webentwicklung, das heißt Webseiten hacken, machen möchte, dann sollte man sich natürlich auch angucken, wie eigentlich Webseiten überhaupt aufgebaut sind. Und wenn ihr euch nicht anguckt, wie Webseiten aufgebaut sind, dann könnt ihr natürlich auch keine Webseiten hacken. Denn ihr wollt ja im Endeffekt Dinge finden und Dinge kaputt machen, die andere Menschen aufgebaut haben. Und diese Menschen können Webseiten entwickeln. Das heißt, ihr müsst wirklich fast besser sein als diese Menschen. Das heißt, wenn ihr Google hacken wollt, müsst ihr besser sein als die Entwickler bei Google. Und deswegen ist es auch so unfassbar schwer, besser zu sein als all diese Gehirne, die hinter Google zusammenarbeiten. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Webseite hacken wollt, an der vielleicht nur ihr gearbeitet habt, dann ist das durchaus möglich. Denn ihr verbessert euch jedes Mal, wenn ihr ein Video anguckt, macht jedes Mal, wenn ihr irgendwas programmiert und jedes Mal, wenn ihr ein CTF macht, jedes Mal, wenn ihr ein, I don't know, Game spielt, in dem es ein kleines bisschen Richtung anderes Denken geht, logisches Denken und Lösungen für Probleme finden. All diese Dinge findet ihr. Auch C und C++, C Sharp und sogar Game Engines sind für euch relevant. Java ist natürlich für euch relevant. Theoretische Informatik ist auch sehr wichtig. Algorithmen sind unfassbar relevant für jeden Hacker. Kryptografie, Netzwerktechnik, all diese Dinge, das ist absolut überwältigend. Ja, das gebe ich absolut zu. Und wer wirklich sich mit Hacken beschäftigen möchte und es ernst meint, der muss da leider tatsächlich reingehen. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht alles lernen. Wenn ihr eine Website hacken wollt, dann müsst ihr nicht lernen, wie C funktioniert oder wie Linux intern funktioniert, also die internen Funktionen von Linux. Oder ihr müsst nicht wissen, wie man eine Android-App programmiert, was ich hier gezeigt habe, oder Kotlin können. Sondern ihr müsst eigentlich bloß tatsächlich hergehen und sagen, hey, ich möchte Webseiten programmieren, ich will Webseiten programmieren können und ich will sie danach wieder kaputt machen. Und so ist das eigentlich bei allem. Wirklich immer reingehen und immer mehr sich reinarbeiten, Frameworks verwenden und so weiter und so fort. Und das ist das eigentliche Ziel, das eigentlich jeder Hacker von euch auch verfolgen sollte. Immer mehr reingehen, immer mehr finden und immer mehr lernen. Und ja, dementsprechend, niemand kann alles und ja, ich natürlich auch nicht, keine Sorge. und ihr werdet auch nicht alles können, aber ihr werdet verdammt weit kommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.